Unserer nächsten Sprecher habe ich gefragt, ob er mir ein paar Worte zu sich und seinen Tätigkeiten schicken kann. Und das war so 1a gut geschrieben, dass ich mir dachte, ich will auch gar nicht viel daran ändern und habe es nur ein bisschen gekürzt. Erst Hamburger, erst aufgewachsen unter anderem unter den Eindruck der sexuellen Befreiung und der kiffenden Hippie-Bewegung, über Querulant, Klassen und Schulsprecher, später erste linksradikale Gruppen zum Abitur, dann abgebrochene Studien der Germanistik und der Philosophie, abgeschlossene Lehre zum Fotografen und eine abgeschlossene Heilpraktiker-Ausbildung sowie mehr oder weniger prekäre Arbeiten von Postboten, Taxifahrer, Barkeeper, Türsteher und Dinge, die verjährt sind, über die man trotzdem nicht spricht, bis zum Abgeordneten einer unbezahlten Aufrichtsvorsitzenden einer Wohnungsbaugenossenschaft, darüber hinaus viele Jahre Drogenbeauftragte der Piratenpartei Hamburg und Gründer und Vorsitzender des Cannabis Social Club Hamburg und darüber hinaus St. Paulianer und auf dem Weg ins große Cannabis-Business und zum Reichtum, Andreas Gerholt. Ja, vielen Dank für die tolle, aber ich muss zugeben, selbstgeschriebene Ankündigung. Ja, ich habe hier eigentlich eine Rede vorbereitet, eine dramatische Rede, die ich hier gedacht habe, die kann ich hier von 20.000 Leuten, jubelnden Leuten halten. Wir sind hier aber trotzdem doch ein bisschen entre nous. Ich möchte trotzdem beginnen, mit euch dann ein intimes Gebet zu sprechen. Ave Maria, Johanna, wir preisen deine entspannende, deine anregende, deine lindernde und heilende Wirkung. Wir glauben an deine Rehabilitation, an unsere bürgerlichen Freiheiten und an unsere Eigenverantwortung. Amen. Ja, manchmal komme ich mir vor wie in einer Sekte. Dabei sind wir es, die die wissenschaftlich Belegten und die vernünftigen Argumente haben. Und die Prohibitionisten sind es, die sich an ihren irrsinnigen Glauben halten und klammern müssen. Seit Jahrzehnten kommen wir Jahr zu Jahr in Berlin zusammen, um unsere Rechte zu fordern. Wir fordern, nicht kriminalisiert und bestraft zu werden für etwas, was wir genießen und womit wir niemand anderem schaden. Seit Jahrzehnten fordern wir, dass der Staat uns und unsere Kinder schützen soll. Wir fordern Verbraucherschutz, wir fordern Jugendschutz und wir fordern eine angemessene Versorgung von kranken Menschen mit Cannabis als Medizin. Und was haben wir so bisher bekommen in den Jahrzehnten? Naja, nichts kann man nicht sagen. Ein bisschen mehr als nichts ist es schon, immerhin. Aber viele meinen wohl auch, das sieht man hier jetzt und im Vergleich zu den vergangenen Jahren der Handparade, dass es sich nicht mehr lohnt zu demonstrieren. Dass die Marihuana-Marsches, die Handparade, die Weed Weeks, die wir organisieren, die Vorträge, die wir halten, auf Podien diskutieren, Artikel schreiben und sich immer weiter, immer wieder den gleichen dummen Scheinargumenten stellen. Lohnt sich das denn überhaupt noch? Aber was ist denn die Alternative? Sollen wir aufgeben? Sollen wir uns zufrieden geben mit der geringen Menge? Mit der Einstellung bei Erstsiedlern gegen Zahlung von Strafgeld und mit Führerscheinentzug? Sollen wir uns zufrieden geben mit der Möglichkeit, dass wir jetzt immerhin seit 2017 von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt laufen können, bis wir vielleicht irgendwann ein Rezept kriegen, vielleicht auch nur ein Privatrezept, wofür wir dann die sprichwörtlichen Apothekenbreite zahlen müssen. Wollen wir uns denn damit zufrieden geben? Nein, wollen wir natürlich nicht. Und die Legalisierung kommt auch nicht von allein. Sie wird uns nicht von den Grünen mit einem Cannabiskontrollgesetz hinterhergetragen und auch nicht von der FDP mit Modellprojekten und Apothekenabgabe. Vielleicht, ich gehöre so ein bisschen dazu, denkt mancher, jetzt die Wirtschaft, die wird es uns bringen. Die Wirtschaft, die bringt uns die Legalisierung. Klar, die Wirtschaft hat Blut geleckt, die sieht uns als Billion-Dollar-Market und in den USA, in Kanada, war natürlich die Wirtschaft der Motor der Liberalisierung. Und auch in Deutschland wird die Wirtschaft ein wesentlicher Motor der Liberalisierung sein. Aber wir kommen nicht um hohen und hin, trotzdem weiter eigene Lobby herbeizumachen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Wirtschaft gerne zu locken mit Profiten, zu sagen, hier, wir sind eure zukünftigen Kunden. Ihr könnt Profit machen mit uns, ja. Aber dann setzt jetzt eure Lobby dafür ein, dass wir endlich Regulierung kriegen und dass wir unseren Frieden kriegen und ihr meinetwegen euer Geschäft. Unsere Aufgabe muss es jetzt sein, die Wirtschaftslobby vor unseren Karren zu spannen. Aber, aber dabei müssen wir aufpassen, dass unsere Nutzerinteressen eben nicht dann den Wirtschaftsinteressen untergebuttert werden und geopfert werden. Zum Beispiel, wofür es ja Beispiele auch in Provinzen Kanadas gibt, zum Beispiel Legalisierung ohne die Möglichkeit von Eigenanbau. So, dann haben wir am Ende eine Legalisierung, in der wir uns in der Apotheke zwischen zwei Sorten Gras entscheiden können und dürfen immer noch nicht unser Gras anbauen. Aber auch die Politiker, die Politiker werden wir auch weiterhin zum Garten tragen müssen. Leere Versprechungen, große Ankündigungen, die haben wir genug. Und deshalb sollten wir jetzt auch nicht jeden, auch nur irgendwie richtigen Vorstoß von irgendwem aus der Politik immer bejubeln und beklatschen, völlig kritiklos. Wir müssen aufpassen jetzt, wie die Schießsonde, dass uns nicht faule Eier als Kompromiss oder erste Schritte untergejubelt werden. Erste Schritte sind gut, Kompromisse sind notwendig, keine Frage. Das Cannabis-Medizin-Gesetz von 2017 ist ein erster Schritt. Auch wenn es letztendlich der Verhinderung von Eigenanbau bedient hat und auch wenn es natürlich nicht perfekt ist bislang und wir noch viel Arbeit reinstecken müssen. Eigenanbaumöglichkeit von fünf Pflanzen pro Person, wie es die Grünen ja vorschlagen, macht überhaupt keinen Sinn, das in Pflanzenzahlen festzulegen. Wer grobt, weiß das. Aber es wäre ein erster Schritt und so dummsinnig es ist, es wäre sogar ein Kompromiss, mit dem ich leben könnte. Bei fünf Pflanzen, zwei Personen, zehn Pflanzen, drei Personen und so weiter und wir haben unseren Club. Eine, das wäre ein Kompromiss oder auch ein erster Schritt, aber eine Regulierung, die allein die Industrieprodukte zulässt, ohne Eigenanbau, das wäre eben ein faules Ei. Und Modellprojekte sind immer wieder im Gespräch, seit Jahren jetzt, seit spätestens 2013. Modellprojekte als Abgabestellen, womöglich über Apotheken mit wenigen tausend Probanden, aus Kreuzberg zum Beispiel. Dann aber trotzdem mit dem erklärten Ziel, damit wollen wir den Schwarzwald bekämpfen. Wie soll das denn gehen? Und was wollen Sie denn überhaupt noch rausfinden? Also Politiker, die vorgeben, auf unserer Seite zu sein, denen aber nichts anderes einfällt, als Modellprojekte und Apothekenabgabe, denen müssen wir immer noch auf die Sprünge helfen. Denen müssen wir Nachhilfe geben und die müssen ihre Hausaufgaben machen. Also, was tun wir denn? Ich habe jetzt eine Menge gesagt, irgendwie, was vielleicht nichts bringt. Von Demonstrationen sind viele nicht mehr so wirklich überzeugt. Ich, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig. Aber was sollen wir denn tun? Wir können, wie gesagt, auf unsere Lobbyarbeit nicht verzichten. Das heißt, wir müssen weiterhin Aufklärung leisten. Wir müssen die Öffentlichkeit und vor allem die Entscheidungsträger, also die Politiker, denen Nachhilfe geben, um irgendwann eine parlamentarische Mehrheit zu kriegen. Da kommen wir nicht drum herum. Aber unsere Lobbyarbeit sollte sich auch vermehrt an die Wirtschaft richten. Aber wir können auch nicht nur abwarten. Auch das ist was, was mich in den Jahrzehnten des Aktivismus inzwischen merkt an diesem Punkt. Wir beschäftigen uns immer nur damit, andere davon, von vernünftigen Argumenten zu überzeugen. Andere, die unseren Lebensstil oder unsere Medikamente kritisieren oder in Frage stellen. Die zu überzeugen. Ich will mich mit uns und mit mir beschäftigen. Und das tun wir unter anderem in einem Cannabis Social Club. Wir sind in Hamburg. Der Cannabis Social Club ist eine Lobbyorganisation für Nutzer. Ja, wir halten Vorträge, wir lassen uns zu Diskussionen einladen und, und, und. Aber wir leisten auch praktischen Widerschrank. Wir schaffen uns unter uns unsere Selbstversorgungsstrukturen. Wir sind ein Anbauverein. Wir helfen uns gegenseitig. Und keiner im Hamburger Club soll darauf angewiesen sein, in den Schanzenpark, ist das bei uns, oder in den Flora-Park zu gehen und uneinschätzbare Ware von fremden Menschen zu kaufen, denen man womöglich nicht vertraut. Und dazu möchte ich eigentlich allen raten, oder das ist das, was wir als Club machen, bildet Banden, gründet Clubs, growt together. Helft euch gegenseitig, schafft euch eure Eigenversorgungsstrukturen. Und wenn das so viele machen, wenn das alle machen, dann sind wir diejenigen, die den Schwarzmarkt austrocknen, bevor die Politik überhaupt reagiert hat. Und dann schaffen wir Fakten. Und wenn das viele machen, dann muss ja auch das legalisiert werden und kann nicht mehr zurückgenommen werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.